Mein ganz wunderbarer Lehrer Jürgen Becker, bei dem ich ja zehn Jahre lang Homöopathie lernen durfte in Bad Boll. Ich habe damals jedes Jahr vier Wochen in Bad Boll verbracht, immer zwei Kurse einer Woche mit Jürgen gemacht als Teilnehmer und Gruppenleiter und zwei Kurse habe ich dann selbst mitgeleitet, meistens mit Reinhold Tögel. Habe ich ja das gelernt, was ich eigentlich bis heute mache, prozessorientierte Homöopathie, damals halt noch ohne Testung. Und der Jürgen ist ja dann später weitergegangen aus seiner Begegnung mit Witold Erler, war ja Jürgen einer der großen Mitentwickler und Populari, Populari, Ah, Bekanntmacher der C4-Homöopathie. Es gibt sogar ein Buch von Jürgen Becker über C4-Homöopathie, was sehr zu empfehlen ist. Und der Jürgen Becker hat mir mal über Schlangen folgenden Satz beigebracht. Jede Schlange ist einer Geografie zugeordnet. Und für Südamerika steht die Lachesis, die Surukuku. Für Nordamerika steht die Krotalos Horidus, die Klapperschlange. Für den asiatischen Raum steht die Naya, die wir an diesem Wochenende auch noch besprechen. Und für den europäischen Raum steht die Vipera Berus, die Kreuzotter. Also wenn ihr bei einem Menschen eine Schlangenproblematik seht, dieser Mensch aber in einem europäischen Kontext lebt, selbst wenn er vielleicht viele Lachesis-Symptome hat, immer beim Testen Vipera Berus mit in den Testchart hineinnehmen. Weil, wie schon gesagt, Erfahrung von Jürgen Becker, viele Menschen, die in Europa Lachesis-Kriegen und es wirkt nicht, brauchten eigentlich Vipera Berus, die europäische Schlange. Wenn ein Thema immer wieder im Leben eines Menschen auftritt und er sich von diesem Thema leidenschaftlich bedroht fühlt, sprich auf dieses Thema leidenschaftlich aversiv reagiert, können wir sicher davon ausgehen, dass es ein Schattenthema ist. Also etwas mit einem inneren Raum in ihm, mit einer inneren Person in ihm zu tun hat, die unintegriert, die unbefriedet, die ungeheilt ist und die er durch Delegation nach außen packt, dass sie ihm im Außen begegnet und er durch die Begegnung im Außen die Möglichkeit kriegt, sie im Innen zu heilen. Oder, wie Hahnemann May schrieben hat, die Menschen kriegen nur Symptome, dass die dusseligen Homöopathen begreifen, welche Mittel sie brauchen. Wenn die Homöopathen alle hellsichtig wären, müssten die Menschen gar keine Symptome kriegen, weil die Homöopathen ja wüssten, welche Mittel sie brauchten. Da die Homöopathen nicht hellsichtig sind, müssen sie Symptome kriegen und wenn Hahnemann in dem Moment da recht hat, eigentlich primär zum Zwecke der Arzneimittelfindung. Und es ist ja auch so, wenn die Menschen die richtigen Mittel kriegen, verschwinden ja auch ihre Symptome und der Prozess kommt wieder so in Gang, dass die Symptome überflüssig werden. Wie Paraberus, die europäische Schlange und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sage die deutsche Schlange. Ich glaube, es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, in dem sich das Viparaberus-Thema so schattenartig manifestiert hat, wie hier in unserem Land. Das große Thema von Viparaberus und es ist auch eines der großen Themen in meinem Leben, weil mir das wirklich sehr oft begegnet ist und ich in meinen Therapien rausgekriegt habe, und ich glaube, dass es ein großer Schatten von mir ist, sprich wahr, ist das Thema Verrat. Ich glaube, es gibt kaum ein Volk auf diesem Planeten, wo sich so viele Menschen verraten fühlen, leidenschaftlich aversiv auf Verräter und das Thema Verrat reagieren, sprich das Thema Verrat, unwillkürlich ständig mit im Feld ist. Ich habe zusammen mit meiner Mutter, aber nur von der letzten Staffel und da auch nur die letzten zwei Folgen, diese Serie Weißensee sehen, ich würde sagen, absolut Viparaberus durch und durch. Mehr Viparaberus gibt es gar nicht. Der große Viparaberus-Film an sich ist das Leben der anderen. Der ist super Viparaberus. Das Irre ist, dass es auf diesem Film völlig unterschiedliche Resonanzen gab. Völlig. Einmal Menschen, die sagen, du, eins zu eins, so habe ich es erlebt. Ich habe das alles so erlebt. Ich war da drin, mir ist das alles passiert. Gut dargestellt, gut dargestellt. Alle Seiten gut dargestellt. Die Kapitalisten, die da abgezockt haben. Die Genossen, die ihr eigenes Land verraten haben. Und die Daten an die Banken weitergegeben haben. Die Genossen, die ihr Stasi-Geld in Sicherheit gebracht haben. Alles eins zu eins stimmt. Und dann? Bei Menschen, die ich liebe, bei Menschen, die ich schätze, bei Menschen, denen ich auch eine hohe Reflexionsstelle unterstelle. Da habe ich nur angedeutet, dass ich diesen Film gesehen habe. Da habe ich nur angedeutet, dass mich dieser Film berührt hat. Und sofort kam, so was gucke ich mir überhaupt nicht an. Das ist alles nur Lüge. Damit will man alle Ostler zu tätern. Hallo, hallo, hallo. Da waren doch aber die Ostler ganz oft Opfer. Nein! Ich dachte, hallo, ich habe doch hier gerade nur einen Film erwähnt. Mehr habe ich doch gar nicht gesagt. Was passiert denn hier? Also da habe ich leidenschaftlich aversive Ablehnung erlebt und begriffen, was das bedeutet, wenn es etwas in einem Menschen nicht geben darf. Die Paraberus ist das Mittel für alle Menschen, die krank geworden sind am real existierenden Sozialismus. Es ist das wichtigste Mittel für alle Menschen, die schwer traumatisiert worden sind durch den real existierenden Sozialismus. Es ist das wichtigste Mittel für alle Menschen, die leidenschaftlich aversiv alle Fakten, die heute über die DDR hochkommen, ablehnen, als Propaganda und Lüge abtun. Und es ist ganz speziell alle Menschen, die Schlimmes und Schweres durch die Stasi erlitten haben. Es ist das Stasi-Mittel. Es ist aber auch das wichtigste Mittel für Menschen, die selbst bei der Stasi waren und darunter wahnsinnig leiden, was sie getan haben, oder es leidenschaftlich verklären. Also wir haben bei Viparaberus wirklich beide Seiten der Medaille, wie wir das ja ganz oft in der Homöopathie haben. Wir haben eine Opferseite und eine Täterseite, aber beides ist ja immer nur die Kehrseite der Medaille. Viparaberus ist mir begegnet als Mittel, natürlich in Bad Boll, aber in der Praxis habe ich es relativ selten angewendet. Ich habe es angewendet bei Krampf aller Leiden. Es ist ein wichtiges Mittel, zusammen mit Lachesis. Bei Thrombosen ist es ein wichtiges Mittel. Bei Schlangenbissen natürlich auch, aber die kommen bei mir in der Praxis nicht oft vor. Aber sonst war Viparaberus bei mir kein wichtiges, großes Mittel. Viparaberus kam zweifach in mein Leben. Einmal durch eine Patientin, die auch lange Zeit Schülerin unseres Hauses war und die eine Wahnidee hatte. Ihre Wahnidee war, dass meine Aufgabe ist, diese Welt zu retten. Was ja gar nicht so eine Wahnidee ist. Ein bisschen ist ja meine Aufgabe, diese Welt zu retten, aber jetzt nicht so alleine, nicht so als Messias und Mahdi, sondern zusammen mit Sandra und Moritz und Ulrich und meinem Schwarm, rette ich die Welt. Aber das ist nichts Egozentriertes. Da bin ich einer von vielen. Aber die war ganz fest davon überzeugt, ich bin der Weltwetter, und die war ganz stark davon überzeugt, dass es Kräfte gab, die waren für sie auch Reptoloid, hatten auch ganz viel mit Scientology zu tun, alles Reptilien, Scientology, alles Reptilien. Und die würden auch gerade hier an dieser Schule versuchen, mich zu sabotieren. Und die wollen letztendlich, wollen die mich kaltstellen, wollen mich vielleicht so ja umbringen. Und sie hatte die Wahnidee, sie sieht die. Und hat mir wöchentliche Dossiers geschickt. Wer an meinem Hause in meiner Nähe noch Mensch ist und noch Reptoloid. hat die Schule beobachtet, hat irgendwelche Zigarettenblättchen aufgehoben, weil sie wusste, das sind geheime Botschaften. Wir haben, Arne hatte nachher einfach ihr verboten, uns zu schreiben. Wir haben dann auch die Annahme, weil die hat immer als Einschreiben geschrieben. Wir haben teilweise wöchentlich solche Packen gekriegt. Diese Frau muss nichts anderes getan haben in ihrem Leben, auch als sie schon nicht mehr auf dieser Schule war, als sie ständig nur darum Gedanken zu machen, was für Reptoloide mir an die Gurgel wollen. Und dann hatte sie die Vipera Berusste Theorie, die es überhaupt gab. Die DDR war natürlich auch alles Reptoloide und die hatten nur versucht, diesen freien Hippie-Westen irgendwie einzukassieren, haben aber gemerkt, das geht nicht mehr oder es geht nicht, weil Westen einfach zu stark. Und dann haben die eine total tolle Taktik entwickelt, nämlich die Aktion Wende. Sie haben jetzt alle so getan, als wenn die DDR den Bach runter geht. Und haben ihre Reptoloiden-Agenten, Frau Merkel, wie hieß der Bundeskanzler, der früher DDR-Pastor war? Huck? Hauk? Gauck. Alles Reptoloide. Haben die in den Westen geschleust und haben mit ihren Agenten den Westen unterwandert. Haben das ganze Geld aus dem Westen genommen, haben ganz viele Straßen gebaut, dass die russischen Panzer das nächste Mal besser darüber fahren können. Und haben also den Westen völlig infiltriert, was sie vorher kriegerisch und so nicht geschafft haben. Und die hat immer gesagt, eines Morgens machst du deinen Fernseher an. Und was siehst du? Die Melodie deiner geliebten aktuellen Kamera. Und was siehst du dann? Frau Merkel. In der Uniform eines NVA-Feldmarschalls. Und was sagt Frau Merkel? Liebe Bundesbürger, hiermit erkläre ich die Bundesrepublik Deutschland für aufgelöst. Ab heute gibt es eine Vereinigte Volksrepublik Deutschland. Und ich möchte mich jetzt als neuen Staatsratsvorsitzenden der Volksrepublik Deutschland vorstellen. Generalfeldmarschall Mutti Merkel. Wow. Allzeit bereit, immer bereit. Ich habe immer zu viele Medien gesehen. Was? Ich habe immer zu viele Medien gesehen. Und das Irre ist, dass dann im Grunde sich mit einmal alle zeigen, die an dieser Aktion bereit ist. Ich komme dann morgen ins Büro. Annett trägt irgendwie die Uniform eines Generalmajors. Nein, Annett, Generalmajor. Ich meine, hier in der Schule hat es ja auch geklappt. Hier in der Schule, wir sind ja völlig unter Wandern. Wir sind ja völlig unter Wandern. Ich bin mir noch nicht klar über Ulrichs Dienstgrad. Da müssen wir auch noch mal gucken. Aber irgendwie Annette, Rapunzel, Katrin, René. Alles oberste Chargen. Alles oberste Chargen. Und ich komme dann morgens in mein Büro und dann sitzen sie alle mit Knoten wieder und so. Ich bleibe immer zu mir.